Hallo, hier ist der Martin von Wallymann-Kies, das DAX-Analyse für Donnerstag, den 7.12.2023. Unser DAX hat es wieder getan, er ist einfach weitergetrieben, hat weiter hochgedrückt und macht hier weiter, 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 weiter. Wir haben allerdings auch eine schöne Reaktion gesehen, übrigens auch eines der nächsten Ziele angelaufen, 37-67 hat man hier oben gesagt, wäre die nächste, wenn dann die 6.10 durch ist und ich habe mir gedacht, ich mache vielleicht nochmal grundsätzlich einen ganz kurzen Ausflug, wer das schon kennt, der kann zwei Minuten weiterklicken, nochmal darüber, wie man mit einer Analyse umgeht, weil ich ja auch insbesondere an den Rückmeldungen von gestern gesehen habe, das ist eigentlich generell immer so der größte Streitpunkt. Leute, dieses Wenn-Dann nicht verstehen. Manche, die haben sich das jetzt schon 500 Mal angeguckt und die können einfach zwei, drei Minuten weiter scrollen im Video. Diejenigen, die sagen, ey Martin, du hast doch aber in jedem Video immer erzählt, es kann runter, es kann runter. Warum sagst du jetzt, wir durften, wir sollten nicht short gehen? Diejenigen, die gucken sich das jetzt bitte noch an, weil das ist wichtig. Wie geht man mit so einer, mit einer technischen Analyse um? Nicht nur mit meiner, sondern generell mit Analyse. Und wie arbeite ich? Was mache ich hier in dem Moment, wo ich mich vor euch hinstelle und wir über Marken sprechen? In der Regel ist jede Analyse gleich aufgebaut. Wir beschreiben einen Markt, wie es sich bewegt. Ich sage jetzt mal einfach, der Markt ist gestiegen. Wir sagen, der DAX ist im Aufwärtstrend, hat gestern Punkt XYZ erreicht und sieht entweder gut aus oder das sieht schlecht aus. Dann geht es immer darum, dass ich euch sage, wenn der weiter arbeitet, ich erzähle zum Beispiel, wenn er grüne Kerzen stellt, dann kann er das nächste Ziel erreichen. Das ist dann, ich nehme hier mal eine Zahl, ich greife die jetzt mal völlig aus dem Nichts und sage 5800 kann er erreichen, ohne dass wir jetzt hier auch einen Bezug zu den aktuellen Kursen haben, wenn er jetzt hier weiter durchtreibt. Das heißt, in dem Moment, wo ich sehe, dass der Markt von, das ist dann der Tagesbegriff, die gehen am nächsten Tag hier, ich mache mal hier eine andere Farbe, ab hier beginnt jetzt der Tag, für den die Analyse dann ist. Wenn ich sehe, dass der gar nicht unterhalb des Vortages arbeitet, gar nicht hier unterhalb des Vortages arbeitet, dann suche ich Intraday auf jeden Fall Position in dieses Ziel rein. Das heißt, ich handel diese Strecke dann einfach long. Das kann auch sein, dass ich hier einen long suche, das kann sein, dass ich hier einen long suche bis da rein. Es richtet sich nach dem Tag aber auf keinen Fall. Gehe ich am Abend der Analyse oder direkt am Morgen, wo ich noch nicht sehe, was passiert, schon long oder short, das mache ich nicht. Und so sind meine Analysen auch nicht gemeint. Die sind nicht gemeint, dass man abends das Video guckt und dann gleich einen long reinlegt für den nächsten Tag. So ist nicht der Sinn und Zweck. Das ist so dieser eine Teil. Wir sagen, oben sind das die Ziele, 5800 und 6200 sind die nächsten Ziele oberhalb, wenn der DAX weiter im Trend bleibt. Heißt für mich natürlich auch, dass ich eine Position dann hier bei einer 5800 beende und wenn ich sehe, der Markt macht sich gut und der Markt läuft zum Beispiel nach dem Erreichen von 5800 einfach höher, setzt dann vielleicht von oben sogar nochmal auf die 5800 drauf und dreht wieder auf, dann würde ich in solchen Situationen zum Beispiel dann auch wieder long gehen. Der Markt ist jetzt über diesem Niveau, über dieser, hier wurde die Analyse erstellt, ja, da wurde die Analyse erstellt und er läuft klar nach oben, weiter im Aufwärtstrend, dann würde ich an so einer Stelle auch wieder einen Long probieren, ja, in das nächste Ziel rein, was dann da bei 6200 ist. Und so Stück für Stück einfach weiter hoch handeln. Dann ist es aber so, dass ich als Analyst auf keinen Fall euch nur einseitig den Markt präsentieren darf. Das kann ich nicht. Also wenn ich eine gute Analyse machen will, muss ich absolut neutral mich jeden Tag hinstellen und sagen, es kann grundsätzlich alles passieren. Wenn er steigt, ja, wenn er steigt hier, dann sind das und das meine nächsten Ziele. Heißt, wenn er sich in die Richtung bewegt, oberhalb von dem Tag das und das macht, dann rechne ich damit, dass das und das erreicht wird, ja, wenn, nichtsdestotrotz muss das aber auch nicht 100% so eintreffen, ja. Das sind immer nur wenn, dann Szenarien, die wir einfach aufstellen. Nun kann es zum Beispiel auch sein, dass der Markt einfach mal hier auch zum Beispiel in meinen Long reingeht und dann dreht der sich um und kippt ins Negative um. Sowas passiert ja auch mal. Würde ich mich in dem Falle hier zum Beispiel in so einer Position dann hier definitiv ausstoppen lassen, weil der Markt aus dem Szenario rausgeht. Er verlässt jetzt dieses erwartete Szenario, der Aufwärtstrendfortsetzung und fällt in den, also aus dem Abwärtstrend letztendlich raus, ja, und würde dann mein Trade beenden. Und das ist das, worüber ich gestern auch nochmal so ein bisschen, oder was ich gestern eigentlich bezwecken wollte, dass ihr drüber nachdenkt, diese Trades auch immer an diesen Schlüsselstellen einfach auch abzubrechen. Wenn ihr merkt, die machen nicht mehr das, was sie sollen, dass ihr nicht anfangt, wenn ihr jetzt hier, warte mal, ich nehme meine andere Farbe, dass ihr nicht anfangt, wenn ihr jetzt hier ein Short drin habt und ihr seht, der steigt, dann haut ihr hier nochmal Short rein, hier nochmal Short rein und hier nochmal Short rein. Darum ging es mir gestern. Das ist Anfängerfehler. Das macht man nicht. Und da hat auch jemand gesagt, Martin, du stellst dich da so sarkastisch drüber. Das war gestern in keinster Weise sarkastisch. In absolut keinster Weise. Das war mein purer Ernst. Und das ist es auch absolut, dass man sich sowas wirklich abgewöhnen muss. Also wer das als Sarkasmus wahrgenommen hat, der hat, glaube ich, die Botschaft nicht ganz verstanden, weil das ist pure Geldverschwendung, was ihr da macht. Ohne Sarkasmus. Das ist einfach Geldverschwendung. Ja, wenn ich im Negativen mein Geld, meine Position immer weiter ausbaue, wenn es nicht läuft, heißt, wenn der Markt genau das nicht macht, was ich will, dann noch Geld reinwerfen, dann noch mehr Geld reinhauen. Das ist das Verkehrteste, was man machen kann. Das macht man nicht. So tradet man nicht. Das geht auf Dauer, auf die Zeitachse betrachtet, immer irgendwann total in die Hose. Macht man einfach nicht. Das funktioniert nicht. So. Und jetzt aber nochmal zurück zur Analyse. Das ist die Betrachtung nach oben. Und dann sage ich auch immer, der Markt kann aber auch, zum Beispiel an der 5800, könnte er, wenn er hier eine rote Stundenkerze anstellt, zum Beispiel auch auf eine 5300 zurücklaufen. Ja. Ja. Dass wir zum Beispiel drüber sprechen, wenn der Markt an einer 5800 stark reagiert, ja. Dass er dann in dem Falle, wenn er an der 5800 stark reagiert, durchaus eine 5300 erreichen kann, ne. So, sowas sagen wir auch. Achtet darauf, wenn der hier eine rote Tageskerze ausbildet oder eine rote Stundenkerze, dann kann der bis hier runter. Sowas sage ich auch ganz oft. Und damit meine ich genau das, was ich sage. Wenn der Markt hier eine rote Tageskerze oder eine rote Stundenkerze ausbildet, dann kann man probieren, in die Richtung hier unten rein zu traden, ne. Auf dieses Ziel hin, was dann eben benannt wird. Heißt aber auch, dass hier drüber dann eben auch der Sublass hingehört. Damit man eben nicht hier jetzt einsteigt in einen Short und dann die ganze Bewegung nach da oben einfach aussitzt. Weil doch dann eben wieder der Trade nicht im erwarteten Szenario läuft. Wir stellen lauter, ja, dieses klassische, wenn, dann. Wir stellen lauter, wenn, dann Szenarien auf. Und sobald der Markt diese Bedingungen verlässt und abbricht und rausgeht, dann muss das Sublass gezogen werden. Dann muss ich die Position beenden und mir eine neue suchen. Und was eben auch wichtig ist, ich muss eben dieses Signal, diese rote Stunden und Tageskerze auch tatsächlich abwarten, damit ich eben diesen Trade eingehen kann. Und das machen ja viele nicht. Wenn ich sage, der kann von 5800 auch die Runde gehen, wenn er dort eine rote Tageskerze einstellt, dann warten die Leute nicht auf die rote Tageskerze und dann gehen einfach bei 5800 Short, weil er bis 5300 fallen kann. Und wenn er dann aber bis 6200 weiter steigt, sagen die, na, Martin, was hast du für einen Scheiß erzählt? Na, also das ist auch wichtig. So, und jetzt kommt das Nächste, ja, wenn wir sagen, ähm, das sind die positiven Szenarien, das ist das Besprechen von Rücksetzern, aber ich erwähne auch jede Analyse, jede Analyse machen wir das nahezu so, dass wir sagen, okay, wenn der Markt gar nicht in der Aufwärtsbewegung weiter hochläuft, sondern direkt von Beginn an nach unten handelt, dann kann die 5300 hochdrehen und wenn die 5300 auch unterhandelt wird, dann sind unsere Rücklaufziele irgendwo bei 4500. Jetzt mal einfach beispielhaft. Heißt für mich, ich gehe nicht 8.01 Uhr Short, weil der Markt ja bis 4500 fallen kann, sondern wann gehe ich Short? Ich gehe Short, wenn der Markt von Beginn an klar nach unten handelt und ich auch gesagt habe, dass ich dann Short gehe. Erinnert euch an die ganzen letzten Tage und die ganzen letzten Wochen, da habe ich immer wieder gesagt, ähm, der Markt kann, ähm, sogar hier unten nochmal Schwung holen, sowas haben wir oft gesagt. Ich würde die Strecke aber noch gar nicht Short handeln, sondern erst wenn dieser Bereich dann hier unterboten wird. Das haben wir ganz oft die letzten Tage zum Beispiel immer wieder gesagt, ja, sowas ist aber auch wichtig, ja, zu gucken, wo sind meine Bedingungen und das ist der ganze Schlüssel, um diese Analysen zu verstehen. Immer diese Wenn-Dann-Bedingungen aufzunehmen. Wenn ich zum Beispiel dann sage, okay, der Markt kann runter auf 5300 hier, ja, hier nochmal Schwung holen, auf der 5300. Wenn er das nicht schafft und er bricht durch, dann sind 4500 drin, ja. Dann heißt das auch wirklich, dass ich erst auf die 4500 trade, wenn nicht 8.01 ist oder 9.01 und der Markt hier irgendwo in dem Bereich steht, sondern wenn er hier drunter ist. Wenn er die 5300 fallen lassen hat, dann fange ich an, hier beispielsweise er läuft von unten wieder eine 5300 ab, sowas, das klappt eigentlich ziemlich oft, dass man dann einfach anfängt, neues Tief zu shorten, Stop-Loss hier drüber, ja, Stop-Loss über das kleine Zwischenhoch, was ich ausgebildet habe und dann tradet man auf das nächste Ziel. So baue ich eine Analyse auf und so sollte sie auch genutzt werden. Und sie sollte nicht so genutzt werden, dass ich sage, hey, wir befinden uns im Aufwärtstrend, rechnet man damit, wenn hier so lange grüne Tageskerzen kommen, kann er noch hoch bis, so haben wir gesagt, 16600, dass dann die ganze Zeit short gegangen wird und gesagt wird, hey Martin, reflektier doch mal, du hast jede Analyse immer von Abwärtszielen gesprochen. Na, ich reflektiere das natürlich, aber in dem Sinne muss man hier wirklich klar unterscheiden, ah ne, jetzt habe ich mein Bild schon halb gelöscht, dass da wahrscheinlich bei demjenigen Verständnis auch von der Analyse nicht da war. Und das ist aber wichtig und das ist eigentlich die häufigste Form, warum sich Leute immer bei uns beschweren, weil sie die Analysen gar nicht verstehen. Sie verstehen gar nicht, wie man mit einer Analyse umgeht, weil sie es in der Schule nicht gelernt haben, in der Ausbildung nicht gelernt haben und sonst ihnen das nie jemand erklärt hat. Deswegen nehme ich mir da jetzt mal die 10 Minuten hier kurz Zeit, das mit reinzubringen, weil das ist wichtig, das ist auch für die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate wichtig, für die nächsten Jahre. Und man sollte schon diese Analyse, diese Art und Weise, dieses Denken, diese Vendance nachher, die sollte man verstehen, das sollte man reingehen. So, jetzt tut es mir natürlich für alle Leid, die bloß zwei Minuten weitergesprungen sind, die mussten ein paar Mal springen. Jetzt kommen wir noch zur Tagesanalyse, wir können es ja vielleicht in die Kommentare reinschreiben, die, die zwei Minuten springen, die müssen auf Minute zwölf springen. Wir haben die 37 erreicht, wir sind von der 37 jetzt erstmal ein gutes Stück zurückgekommen, haben aber die Tageskatze erstmal noch grün gelassen und vor allem, wir stehen ja oberhalb vom letzten Hoch. Das heißt, der Aufwärtstrend ist sozusagen noch trotzdem voll intakt, auch wenn wir einen deutlichen Rücksetzer drin haben, sind ja gut 100 Punkte vom Hoch. Lässt natürlich dem Donnerstag aber auch die Option offen, das einfach wieder nach oben zu drücken. Wir haben es vorhin auch im Premium-Dienst schon rumgeschrieben, untergeordnet, man sieht es im 2-Stunden-Chart jetzt nicht ganz so gut, im Premium-Dienst arbeiten wir ja sogar noch ein paar Timeframes tiefer, da sieht man das besser. Ich würde schon ab einem Überbieten oder Stundenschluss hier oberhalb von 6,70 wieder auf die Long-Seite wechseln, weil dann die nächsten Ziele möglich sind. Rein in die 16.800, die 7,60 bis dann fast sogar schon an die 17.000 ran macht er sich Platz hier. Auch auf Tagesebene ja so und so, kennt er ja den Fall. Und deswegen würde ich oberhalb von 6,70 auch per Stundenschluss definitiv schon erstmal wieder auf der Long-Seite mein Glück wahrscheinlich probieren und auch Elisa, wenn sie will, kriegt sie Freigaben, darf sie Long gehen. Also Elisa ist ja unser Trading-System bei uns im Dienst. Die dürfte definitiv nochmal Long probieren dann halt, ne? Wieder rein, wieder zack, wieder mitnehmen. Hat jetzt hier, ne, ich glaube heute haben wir nicht freigegeben, hab gestern. Gestern hat aber auch gut geklappt. Hat sie auch wieder ihre Punkte rausgebissen und müsste für mich aber eben oberhalb von 6,70 dann stattfinden. Das ist wieder so eine Wenn-Dann-Bedingung, ne? Wenn der Markt am Donnerstag oberhalb von 6,70 notiert, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir weitere Hochs kriegen. Rein in die 37,67, rein in die 800 und vielleicht sogar schon Richtung 17.000 hin. Ja, wir haben schon ein leichtes Squeeze-Feeling da, aber das ist noch keiner, ne? Das ist noch keiner. Dafür zieht die Kerze fast sogar unscheinbar aus wie die vorherigen. Ja, wenn das ein Squeeze war, was war dann das, was war dann das, was war dann hier unten los halt, ne? Also da fehlt noch ein bisschen Action drin. Ja, also über 7,60 für den Donnerstag eher positiv zu werten, da wir einen großen Ruckstoß von einem Ziel bekommen haben, die 37 war ja benannt als Anlaufstelle, würde ich jetzt nicht unbedingt schon zur 6,30 losfeuern, sondern den unten raus auch ruhig erstmal ein bisschen machen lassen. Wenn ich das richtig sehe, ist hier noch ein Gap offen zum Vortag im Bereich um 5,30. Vielleicht gönnt er sich sogar die 100 Punkte noch, dass er hier noch ein Stückchen zurückläuft, ne? So im Bereich um 5,50, 5,90, 5,30, der irgendwie so anläuft. Also ich glaube, um 5,90 geht's los, 5,50, 5,30 dann hier das Gap. Das könnte er zum Donnerstag auch nach unten raus nochmal auch ausholen und dann von dort auch wieder attackieren. Ne? Geht er tiefer? Hätten wir nochmal im Bereich um 4,60, 4,45 Support. Ne? Und dann geht's dann hier schon runter Richtung der Gap bei 2,50. Ne? Also ich wäre, ich würde noch nicht shorten zum Donnerstag, wenn der jetzt hier weiter runterrutscht, weil es mir noch zu sehr im Aufwärtstrend ist. Ich will, das habe ich die ganzen letzten Tage auch immer wieder gesagt. Ich will erst die rote Tax-Kerze sehen. Vorher fange ich nicht an zu shorten. Aber wie gesagt, ich würde mich schon mit Long auch ein bisschen zurückhalten. Eher über der 6,70 arbeiten. Oder wenn er eben von sowas wie 5,30 schön anzieht. Ne? Wenn da schön Druck von unten reinkommt, kann ich mir das auch gut vorstellen, da vielleicht nochmal was zu probieren. Ich muss bloß aufpassen, dass man hier jetzt nicht anfängt, zu große Long-Phantasie zu entfalten, wenn er denn jetzt einkippt und nach unten wegdreht. Denn 100 Punkte nach unten haben wir schon eine ganze Weile erstmal, glaube ich, nicht mehr gesehen. Wenn da jetzt noch 200 raus wären, könnte das auch tatsächlich ein Anfang von der Umkehr wären. Ja, ich würde das aber jetzt noch zurückpacken wollen, weil mir die Tages-Kerze, wie gesagt, sie ist noch grün. Wir sind über dem letzten hochgeschlossen. Und das schon den zweiten Tag in Folge. Das ist erstmal ein Signal für den Aufwärtstrend. Auch wie runtergekommen ist, langsam wie hochgekommen ist, das spricht schon dafür, dass da oben noch Platz ist. Ja, und deswegen würde ich mit Short noch ein bisschen zurückhalten. Aber da der Rücksetzer hier schon begonnen hat von 37 und aktuell so noch nicht als beendet erklärt werden kann, solange er nicht über 6,70 wieder gestochen hat, dann wäre grundsätzlich möglich, das auch noch ein bisschen auszudehnen. Bis 5,30, 5,50 oder im Extrem sogar 2,50. Ja, aber das würde ich mir dann hier unten erstmal genau angucken. Und das ist erstmal natürlich auch eine Longstelle, eine Rücklaufmarke. Ja, aber der muss aufdrehen. Das muss man sehen, dass er auftritt. Und ansonsten wäre ich dort eher vorsichtig. Nicht, dass man dann hier jetzt reinpulvert. Und den drückt er erstmal auf die 2,50 runter. Denn das wäre drin. Das wäre definitiv drin, wenn er hier weiter runterdrückt. Aber wie gesagt, für einen Short fehlt mir noch die rote, signalgebende Tageskerze. Und ja, wäre er trotzdem ein bisschen vorsichtiger jetzt. Ja, also er hat halt deutlicher gezockt. Über 76 wäre ich optimistisch. Punkt. Ende. Aus. Lassen wir es so stehen. Nächste Ziel oben haben wir auch benannt. Also 800, 67 und dann Richtung 17.000, 17.200. Kennt ihr hier auch. Das ist das nächste Ziel auf der Oberseite. Und von daher mache ich die Analyse zu. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.